Viele, viele Vorbereitungen für den Film, da stecke ich jetzt schon seit zwei Monaten drin, wir haben schon geprobt einen Monat lang in so einem Haus außerhalb von Berlin und so weiter, also ja, ich stecke da mittendrin, ich hatte keine Zeit. Also das ist das, was du in letzter Zeit gemacht hast, nicht Pause, nicht Playstation zocken oder wie die anderen Konkurrenten alle heißen, sondern du hast deinen Film gedreht, der ist wie... Nein, nicht gedreht, geprobt, wir drehen im Februar. Okay, den probt man erst mal. Nein, wir proben, weil das möchten wir so, wir sind ja auch größtenteils Laien. Wer spielt noch alles mit? Also die Laien, von denen ich rede, sind B-Type, Alper, Gunn und Tony D. Wer sind die Profis? Die Profis sind Florian Renner zum Beispiel, den kennt man auch unter dem Namen Damien Davis. Und noch so andere, ich will nicht alles verraten. Was willst du denn noch verraten? Ah ja, Maxim spielt noch mit. Okay. Erklär mir nochmal das Konzept von dem Film. Es ist das Leben eines Musikers, der aber nicht Sido ist. Genau. Aber du bringst Erfahrung vielleicht mit ein. Ja, der kommt auch aus dem Viertel und es geht um die Zeit, wo Berliner Hip-Hop angesagter wurde. Und auf einmal auch Major-Labels darauf aufmerksam wurden. Und um diesen Konflikt zwischen so einem Untergrund-Rapper eigentlich aus dem Herzen und so einer Plattenfirma, die einem viel Geld in den Arsch stecken kann, darum geht es ungefähr. Würdest du das in eine Reihe stellen mit Vorbildern wie den Film von Eminem und 50 Cent oder mit deutschen Vorbildern wie dem Film von Bushido? Eins unserer Anliegen war, dass es nicht mit Bushido vergleichbar ist. Viel Erfolg. Da werden dich alle in den Topf ja schon werfen, egal wie der Film ist. Ja, aber das ist eine Sache, da sind wir drauf gefasst und damit gehen wir um. Also, dass Leute denken, dass das dasselbe Ding wird wie Bushido sein. Damit gehen wir um. Wird der Film für denjenigen, der ihn sich anguckt, dann auch wirklich was völlig anderes sein? Das sind ja auch beides Filme irgendwie über Rapper, von daher. Ja, es wird was völlig anderes sein. Ich will nicht zu viel verraten, ich möchte, dass die Leute ins Kino gehen und sagen, krass. Aber warum gehe ich denn jetzt ins Kino, abgesehen davon, dass ich vielleicht der größte Sido-Fan bin, was treibt mich da jetzt rein? Ein guter Film. Super. Ein guter Musikfilm. Wenn ich jetzt der größte Sido-Fan bin, was hat Sido alles bei dem Film gemacht? Sido spielt mit und? Sido spielt die Hauptrolle, er ist in jeder Szene, was ich beim Proben gemerkt habe. Beim Lesen ist mir das gar nicht aufgefallen, sondern beim Proben habe ich gemerkt, ich bin in jeder Szene, also da gibt es keine Szene ohne mich. Und er macht die Filmmusik zusammen mit DJ Desu und Sven Helbig und er hat viel mit am Drehbuch gearbeitet. Das ist mir ganz gut. Und wenn ich euch bei dirれ meiss, ich bin in jeder Szene, es bin in jeder Szene, ist mir ganz gut. Vielen Dank.